10 Wurrn Ich bin aber guck mal ruh, weil... Epic Music, yeah was geht ab Wir sind jetzt ein bisschen zocken mit der Rock, Maaß! Fähk, ey man. Was war das, bests dem Rapp, Bruder? Farid hat mich geteached, Leute Farid Ben, oder bang... Und Freund. Wir spielen heute THETOWER ASSASSIN'S CREED und gehen direkt ins Game rein... Da seht ihr durch das Screen Und wir wurden gespiegelt Ja wir wurden instant gespielt und sehen direkt wie Invalide aus Ja tun wir Aber ich klicke jetzt mal auf das Game Tap anywhere to place a block Das ist sowas Ach das ist sowas Ich hab mit was ganz anderem gerade gedacht ne Ja ich auch Aber am Ende klettert der bestimmt da hoch Der ist schon am klettern Wo? Ah da gauernert der rum Das ist bisschen wie Stack Ja Du weißt schon dass ich gleich 1000 mache Da oben steht der jetzt und jumpt runter wie eine Iris Spring Das heißt glaube ich kauf von dem Geld Geld Ach Ach krass Ja Voll geil Okay Geh weg ich bin dran Geh weg okay tschüss Ich hab mir was komplett anderes darunter vorgestellt Ich auch schon gedacht wir müssen so jumpen Ja Okay pass auf Aber ich muss ja sagen prinzipiell Feier ich so ne Spiele Weil wenn du die am Handy immer dabei hast Ja Kannst halt immer mal Also casual zocken bisschen Hey Wie hast du da auf einmal so nen dik norschi gemacht Weil ich halt gut bin ich sag doch schon mach safe 1000 immer Woah Held Was war der Rekord oder? New best Jetzt kommt aber Gewitter ne Jetzt wird der gleich vom Blitz getroffen Stirbt und fällt runter Die Musik ist geil Ich muss sagen das hat halt echt richtig Bock gemacht Vor allem dass es nicht nur Ach guck mal wieder die Ecke gemacht hat Vor allem dass es halt nicht nur so ist von wegen Ja geh nach oben und du bist fertig Sondern auch Dass man noch runter springen kann Das ist ja ne kleine Erweiterung Hier drauf ne Ich glaube schon oder Ah ne da ist er jetzt War das ja mal was noch Boah yes Jetzt hab ich immer mehr als 2 Punkte würde ich sagen Okay Ist gut gegained Bruder ich mach das nächste mal Guck Ansage 10.000 Punkte Du hast eben nicht mal 1000 geschafft Ein Zehntel von 1000 aber Oh Nulzen ist jetzt mir hinterher Und dann verkacke ich ganz viel Guuuut Ich will dir Geld überweisen Kannst du mir deine E-Bahn geben Bitte Du bist voll gut in dem Spiel Super Boah Mega Bies Dach ich deine E-Bahn haben Bitte echt Bruder wenn du schaffst daraus wieder was zu machen ne Ja Boah Ach jetzt kann ich hier auf Warte Level Up Boah Boah Da war ein Vogel Kannst du mir deine E-Bahn geben Ich will dir Geld überweisen Wie viel und warum 1000 Euro weil du so gut bist Ich will ein Team machen Bist du auch ne X-Box Vielleicht Vielleicht Fuck Dann gib mir deine E-Bahn Und vor allem dann berührst du mich Gib mir deine E-Bahn Ja genau Genau so hab ich das gemacht Die Sache ist ich lass mich viel zu schnell auf so ein Konzept bringen Wenn du Scheiße laberst Das ist mein Fehler Vor allem dass man auch Sachen so bauen kann ohne dass was abfällt Ja okay jetzt Jetzt hast du halt verkackt ne Ist halt das Problem so Wenn Naps spielen Dieser bei mir ist es halt Ich tu so als wäre ich ein Nap Damit Nico heute gut schlafen gehen kann und sich denkt Boah ich bin der beste Boah hast du gesehen? Boah Ey wenn du das noch schaffst Aaaaaah 94 aber wieder Wenn ich mich recht erinnern Hattest du eben 3 Ne? Oder nicht? Bereit Da steh ich runter Und dann collecte den Scheiß Guck mal wie viel du gainst durch mich Ich seh das immer in deinen Augen Du würdest auch gerne so lange springen können wie ich Was? Wir können alles bisschen ballern Ja aber warum wollen wir nicht Also ich will das eh nicht bei mir ballern Was ist das hier Karte? Wie nicht bei dir ballern? Ja weil ich schlechter bin als du Ach ist das nur einmalig? Ja ja Wahrscheinlich Das geht einmal oder? Ich hab gedacht das ist so skillmäßig Nein hol dir irgendwas Ich mach einmal das Mach mal das Hä? So jetzt hast du vielleicht Chance gegen mich Weil aber Okay sehr interesting Ja manche Sachen gehen echt nicht kaputt wie du meintest ne? Man kann da noch bisschen regeln wenn man manche an sich verbaut Damals halt in Ägypten war das nicht so gut Damals halt in Ägypten war das nicht so gut Und da hast du jetzt aber verloren bisschen Einheiten Alter das wird so schnell ne? Deswegen jetzt slow time holen müssen Aber alter ihr setzt auf dich Bruder Aber trotzdem ist der hoch gekommen mit nem Head Start Darzen ruft der Der hat echt Darzen genutzt Darzen Du hast auch Geld eingesammelt Du hast fast deinen Head Start wieder zurück gewonnen Ja hat sich nicht gelohnt Oh du machst jetzt Boah Ja mach dir auch noch den Head Start Gönn die Pops Nein nein brauchst nicht Doch gönn doch jetzt Legst du mich wieder auf ne? Dass du nicht auch mal gönnen kannst Du würdest denn sagen das macht Spaß das Spiel Safe ich mag solche Spiele aber auch Ist wahrscheinlich auch so Boah ja korrekt Ist halt aber auch so was Hey Zum zuschauen ist das wahrscheinlich nicht so geil ne? Glaubst du echt? Wirst du es feiern dir das anzugucken? Ich würd Like geben ne? Und Abonnement Weil Leute wir 5.000 Ja aber die Leute können jetzt dank dieses Videos sich das selber bauen Ja genau Hashtag not sponsored Weil wir spielen ja einfach Leute ne? Hä? Egal 90 ist gut Ach ich hab das gar nicht eingesetzt Warum hast du es jetzt benutzt? Damit der Okay ich hab gedacht beim springen zählt das auch Du bist dein Otto ne? Ich hätt das eh in der nächsten Runde nicht mehr gehabt glaub ich Ich bin aber eh dran Hau rein schau Ah tschüss Leute ne? Das hat mir gegönnt Was hast du dir gegönnt? Slow Time Alter der Tower ist heftig Das ist bisschen verwirrend Das ist bisschen verwirrend Ne? Du hast ja mit Slow Time schlechter als ohne Mann alter Ich muss mir das nochmal überlegen mit Game Maniacs mit dir ne? Ja Ah Mann ey Aber dafür müssen wir imagine it Hä? Hä? Zurück gehen? Aber das hat immer gekostet Warum sollte man das überhaupt tun und warum kostet das Geld wenn man das tut? So Das bockt das Game Leute das bockt Also mal Nulzen Also wir haben ja Was willst du sagen? Von 0 bis 10 Gütern ne? Würde ich schon so Dafür dass man das Casual immer mal zocken kann In der Bahn würde ich 8 Güter geben Also würdest du sagen das kann man mobil gut spielen? Ja safe Das erfüllt voll seinen Zweck Was ich sagen muss Mucke gefällt mir Ja Grafikstil gefällt mir Diese Power-Ups-Dingens gefällt mir Ich würd auch 9 von 10 sogar Boah Also eine Gesamtwerte von 8,5 von 10 Und da musst du halt sagen So simpel ist das Das ist ein simples Spiel Aber das ermöglicht ja einfach Zack 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 zocken 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 Fertig Tschüss Auch mal so schnell eine Minute Ja Also Leute lasst ein Like da und Rhymes Für nächste Mal Tschüss Tschüss